Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und die Entwickler haben die Schatzlade des Drachenkults angekündigt. Da die Schatzlade der Dunklen Omen am 14.06.2022 verschwinden wird, wird ab da denn die neue Schatzlade verfügbar sein und damit auch alle Änderungen des Schatzladensystems. Das Schatzladensystem musste geändert werden, denn in Deutschland ist Glücksspiel extremst reglementiert und ein paar erfolgreiche Klagen gegen die Entwickler von Fortnite und FIFA, die auch so ein Schatzladensystem haben und eben keine Wahrscheinlichkeiten angegeben hatten, haben dazu geführt, dass alle Schatzladensysteme jetzt mit Wahrscheinlichkeiten ausgestattet werden müssen, damit man weiß, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt etwas gewinne. Und genau das steht jetzt auch auf allen neuen Schatzladen in Neverwinter drauf. Wenn man hier mal so guckt, um die mythischen Reittiere, mythischen Gefährten zu bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 250. Um eine mythische Insignia zu erhalten 1 zu 200, legendäres accountweites Reittier 1 zu 125, so ein mythischer, nimmervoller Beutel oder ein epischer Gefährte 1 zu 100 und dann geht es weiter runter bis zu 1 zu 10 für Tamalune Handelsbahn. Allerdings nur noch 25 Stück. Und natürlich braucht man weiterhin zum öffnen so einen verzauberten Schlüssel. Bei der Schatzlade des Drachenkult kann man so schön sehen, da gibt es jetzt auch einen Fortschrittsbalken. Selbst wenn die einzelnen Gewinne jetzt Wahrscheinlichkeiten haben, gibt es einfach Meilensteine, zu denen man auf jeden Fall etwas bekommen kann. Öffnet man 25 Schatzladen, erhält man 50 Gefährtenaufwertungsmarken. Bei 50 gibt es eine mythische Kiste. Für 75 Öffnungen gibt es 50 Reittieraufwertungsmarken. Bei 100 Öffnungen gibt es schon wieder eine mythische Kiste. Wer 150 Kisten öffnet, erhält 1000 Tamalune Handelsbahn. Da jetzt ja auch nur immer 25 Stück bei einer Öffnung möglich sind, ist das jetzt hier drin. Das heißt, man kann nicht mehr per Zufall das kriegen. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber ist halt so. Für 200 gibt es den neuen Schutz der Verschmelzung. Und für 250 gibt es dann das Wahlpaket des Drachenkult mit zwei Belohnungen, auf die ich gleich noch eingehen werde. Hier sieht man so schön das System. So wie ich es verstanden habe, gilt dieses System des Fortschritts pro Schatzlade. Das heißt, die Schatzlade des Drachenkult, die öffnet man so oft, hat man es am Ende 250 Mal gemacht, hat man auf jeden Fall diese mythische Kiste und fängt dann wieder von vorne an bei 0 und kann es dann wieder auffüllen und kommt die neue Schatzlade, fängt man wieder bei 0 an mit den neuen Meilensteinen und den neuen Belohnungen. Das mythische Reittier ist diesmal ein Drache, auf dem man reiten kann. Als Kampfkraft feuert der einen Feuerball ab, der auf Gegner spratzt, hat eine große Reichweite und einen großen Flächenschaden und als Ausrüstungskraft gibt er 4500 Kampfvorteil. Und wie alle neuen mythischen Reittierer hat er drei Universal Slots für die Insignien. Die andere Belohnung in der mythischen Kiste ist das Dragonbone Blades Artefakt Set, also Drachenknochen klingen. Das ist das Wyvern Set 2.0, denn auch da macht ihr einmal richtig nekrotischen Schaden auf die Gegner, dann vergiftet ihr die Gegner noch für 10 Sekunden und diese vergifteten Gegner erleiden 12% mehr Schaden und machen 12% weniger Schaden. Wenn ihr das gesamte Set spielt, was euch sechs Punkte auf Konstitution, drei Punkte auf Geschick und drei Punkte auf Intelligenz gibt, dann werdet ihr eine Rune erzeugen, wenn ihr eine tägliche Kraft einsetzt. Und wenn ihr auf der Rune steht, erhaltet ihr fünf Prozent mehr Kraft, fünf Prozent mehr kritischen Trefferschaden und euer ausgehender Schaden wird ebenfalls um fünf Prozent erhöht. Ist allerdings nicht stapelbar mit anderen Rune. Und das alles bei einer Gegenstandsstufe von 1800 bzw. 1200 für das Artefakt. Also die Gegenstandsstufen werden weiter gesteigert, aber den Effekt kennen wir schon von den Wyvern Messern. Schauen wir mal, ob ich bei dieser Schatzlade ein bisschen Lootlack haben werde. Mit fest angezeigter Wahrscheinlichkeit. Bis zum nächsten Mal, Tschüüüss.